Herzlich Willkommen zurück zu Pokémon Y, meine lieben Abonnenten. Heute werde ich euch ein wenig in die Mechanik des Züchtens einweisen. Ähm, noch nicht zu viel, da ich selbst nicht so viel über Züchten weiß und vor allem viele Neuerungen in Pokémon X und Y dazugekommen sind, von denen ich so oder so noch gar nichts weiß. So, wir müssen jetzt drei Pokémon ablegen, denn wir brauchen drei freie Orte. Jetzt holen wir uns Ditto. Nein, ja, jetzt holen wir uns Ditto. Ditto nimmt nämlich immer das andere Geschlecht an von den Pokémon, mit denen man es züchtet. Ich habe hier ein weibliches FM mit der Fähigkeit Schwebe durch und dem Wesen mäßig. Ich würde es ja so belasten, aber ich möchte es Benni nennen, deswegen brauche ich ein Männchen natürlich. Und das kann man perfekt züchten, indem man ihm einen Ewigstein gibt, beziehungsweise in dem Fall ihr. Denn wenn man ihr den Ewigstein gibt, werden es seit Schwarz und Weiß das Wesen des Pokémon zu 100% übertragen. Das ist sehr gut, dass Gameplay das gemacht hat. Dadurch hat man die Arbeit mit, äh, also das Visetten von DEVOS um einiges erleichtert. In vorherigen Generationen war es noch so, dass der Ewigstein zu 50% geholfen hat, das Wesen weiterzutrennen. Das heißt, es war nicht garantiert. So, und jetzt muss man hier einfach hin und her fahren. Es war bisher wirklich in jeder Generation oder jeder Region so, dass die Stelle, wo die Pension war, ein sehr langer Pfad zum Fahren ist, damit man eben schnell ein Pokémon einbekommt. Cool, das ist schon da. Das ist absolut episch, dass es so schnell ging. Das scheint auch eine Erleichterung in diesem Spiel zu sein. So, und jetzt muss man für jedes, also jetzt muss man an sich 100 zahlen, um das Pokémon wieder mitzunehmen. Und für jedes weitere Level, das es aufgestiegen ist, weitere 100. Ein Level seht ihr, das sind 200. Da bin ich froh, dass ich nicht über Level 1 hingetan habe. Sonst hätte ich einiges mehr zahlen müssen. Und für jeden Schritt, den ich gehe, bekommt das Pokémon in der Pension. Ein EP. So, jetzt kann ich dieses FM wieder weglegen, weil es nicht mehr wichtig ist. Wenn man jetzt ein Pokémon mit der Fähigkeit Flammenkörper hat, was ich leider nicht besitze. Oder Moment, Moment, vielleicht doch. Ähm... Ja, wobei, es sieht schlecht aus. Ja, wenn ich eins hätte, dann würde es auf jeden Fall einfacher gehen und schneller gehen. Der hat es ja nicht, der hat Füllerei, ja. Äh... Anspannung. Au, da haben wir doch. Da Tignis hat Flammenkörper. Super. Pokémon mit Flammen... Wenn man ein Pokémon Flammenkörper im Team hat, wird das Ei nämlich doppelt so schnell aufgezüchtet. Und, ähm... Um das Ei jetzt ausblühen zu lassen, muss man einfach hier die ganze Zeit hin und her fahren. Wieso ist das ja in jeder Generation so, dass das relativ einfach geändert wurde? Generation 2, bei Ducatia City war ein riesiger Weg. In Generation 3, zwischen Myriffro und Wiesnflur, kommt man eine ewig lange Strecke fahren, wo man... Wo ich auf den Screenshot muss, einfach nur den Knopf drücken musste. In Sinnoh... Ähm... Bei Elysis war es das gleiche. Ich meine... Das war nicht Elysis, oder? Das war Trostu. Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ähm... Und ja, in Einahl... In Einahl war es im Prinzip auch so auf der Route 3. Da war es ein bisschen... Da war es ein bisschen kürzer. Aber gut, Leute. Ich melde mich dann gleich wieder, wenn das Pokémon geschlecht... So, Leute. Ich habe mir gedacht, ähm... Ich könnte das eigentlich auch sinnvoll verbinden. Nämlich, indem ich gleich die Stadterkundung hier von Mosiah mit einbeziehe. Da laufe ich ja auch viel rum. Deswegen werde ich jetzt erstmal diese Stadterkundung fertig machen. Und dann anschließend könne ich mich in Ruhe um das Eikon... Mehr oder weniger in Ruhe. Sagen wir es so. Mehr oder weniger in Ruhe. Aber jetzt erkunden wir erstmal Mosiah. Oder Mosiah, würde ich sagen. Hier komme ich wieder raus zur Route, oder? Ja, Route 18. Valet-Eteu-Weg oder so. Ich kann immer noch kein Französisch. Das wird sich auch wahrscheinlich in diesem Verlauf dieses Let's Plays nicht mehr ändern. Mosiah. Ein Schmelztickel voller Gegensätze. Besonders starke Attacken haben relativ wenig AP, auch Angriffspunkte genannt. Es sei denn, ein erfahren Trainer aus, in solchen Fällen einen AP-Plus einzusetzen. Ja, wobei die, die wirklich wenig AP haben, auch nicht wirklich viel gesteigert werden können. Feuersturm zum Beispiel mit 5 AP hat maximal 8, weil immer nur ein Fünftel der AP einem tatsächlich wiedergegeben wird. So, was zeigt der denn an? Prachtfeder, okay. Nehme ich gerne. Ich muss ja danach, wenn mein FM soweit ist, auch erstmal über die EV-Training machen. Oder es trainieren. Das heißt, ich werde wahrscheinlich eine Weile lang nicht mehr aufnehmen können. Das wird definitiv Zeit brauchen. Ich meine, es kommt auf Level 1. Ich hätte ja wirklich gerne eine einzelne Höhle auch lieber resettet, aber bei dieser Chance auf FM nein. Hier, die TM-Kehrtwende ist für dich. Ich hatte zwei davon. Oh, danke. Kehrtwende ist eigentlich eine ziemlich coole Attacke, muss ich sagen. Der Typ ändert aber auch alle fünf Minuten seine Meinung. Eine Kehrtwende nach der anderen. Ja, also mit einer Kehrtwende greift es eine Käferattacke, 70 Stärke physisch und nachdem man angegriffen hat, tut man sich zurückziehen. Das kann man taktisch sehr, sehr gut einsetzen. Achso. Äh, habe ich... Mit dem haben wir schon gesprochen. Also, es ist immer eine der Attacken, die ich sehr mag, vor allem auf Pokémon wie Xerox oder X-Bud. Ich brauche ein bisschen Zuneigung. Hättest du wohl den Pokémon dabei das Wangenrubler beherrscht? Ja, das wäre die Denne, aber nein, gerade nicht. Ich wünschte, ich wäre ein Pokémon. Da könnte ich immer an seiner Seite sein. Ich liebe die Fähigkeiten, Krieger im Fernsehen. Äh, ich liebe den Fähigkeiten, Krieger im Fernsehen. Die möchte auch eine Pokémon-Fähigkeit haben. Boah, Wandl... 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 Wandlungsquiz. Sorry. Äh, gut. Bist du mit der Fähigkeit, vertraut die Pokémon daran hindert, dass du im Kampf zu fliehen? Ja, Wegsperre. Das Tolle ist, dass diese Fähigkeiten keine Wirkung bei Geist-Pokémon zeigen. Ach so? Okay. Ja, zu Dengar mit Wegsperre war schon, äh, eine krasse Idee, weil vor allem im CP ist Wegsperre absolut krass. Ingenieur merkt man das natürlich nicht so, aber wenn man die Genie da daran verhindert, sein Pokémon zu wechseln, ist das schon absolut böse. Ich mag die Geschichte von dem Karpador, dass ein Wasserfall nach oben geschwommen ist. Was war denn das für ein Karpador zum Teufel? So. Ach so, da oben war ich schon. Und diese Zugschienen, die wissen, aussieht wie der Magnetzug in Joto. Hallo! Hm? Ach so, hallo. Hi. Ich muss mich für Florellis entschuldigen. Was er getan hat, ist wirklich unverzeihlich. Wer hätte schon dahin können, dass er so ausrastet? Ich würde dir außerdem noch von Herzen danken. Im Namen all der Pokémon und all der Menschen auf dieser Welt. deren Leben du gerettet hast. Da du Team Flair aufhalten konntest, hast du auch Florellis gerettet. Ich wusste, dass er davon träumte, eine Welt der Schönheit zu kreieren. Vielleicht gibt es eines Tages ja wirklich so viele Pokémon und Menschen, dass die Welt, die sie beherbert, an ihre Grenzen stößt. Wenn in einer solchen Welt auch nur ein paar Revolverwohner von Gier getrieben werden, bleibt für andere wenig übrig. Dies würde irgendwann so weit führen, dass alle Nährstoffe aufgebraucht wären. Und zwar bis zu einem Punkt, an dem man nicht mal mehr etwas stehlen könnte. Ich hatte gehofft, Florellis würde sein Ego hinten anstellen und die Welt in eine Zukunft führen, in der wir uns alle gegenseitig dazu antreiben, neue zivilisatorische Höhen zu erreichen. Ich habe jedoch nie mit ihm darüber geredet, weswegen ich wohl auch zum Teil für die ganze Situation verantwortlich bin. Ach, kann ich auch eine Kante statt, da passt es schon. Nein, nein, genug davon. Okay, ich möchte, dass du und dein Pokémon-Team jetzt mal mit allem, was ihr auch vor langem als gelernt habt, gegen mich angebringt. What the fuck? Ich habe doch nur drei Pokémon in meinem Team dabei. Okay, dieser Kampf ist so überraschend, wie er ungelegen ist, weil ich, wie gesagt, viele Team-Pokémon nicht dabei habe. Immerhin habe ich gerade wirf vorne, das ist Worte trotzdem. Gut, egal, Psychokineser auf jeden Fall. Wenn ich hier auch mit Gedanken gut anfangen, sollen, um mich jetzt noch ein bisschen aufzupowern, aber ich glaube, das passt auch so. Wieser Floor erledigt und jetzt kommt Turtok. Das lasse ich jetzt mal. Und danach kommt Glura. Ich kann beide mit Donnerblitz erledigen. Ich gehe aber einmal auf Gedankengut, weil Donnerblitz eben keinen Step beinhaltet, um hier wirklich auf Nummer sicher zu gehen. So, Schädelwumme. Da muss ich jetzt aufpassen, ja, die Verteidigung steigt, aber vor allem trifft es meine schwächere physische Verteidigung, deswegen stirb. Yes. Weg mit dir, Turtok. Und als nächstes kommt nun Glurak, dem ich nun zeigen werde, was seine Harke ist. Oh, sieht aber süß aus hier. Naja, ich muss ihn leider trotzdem auslösen. Tschüss. Kann man wohl nicht ändern. Und Level 57. Dieser Flur steht immer noch verdammt hinten dran. Ich hoffe, der kann in der nächsten Route ein bisschen mehr kämpfen. Großartig. Jetzt habt ihr dein Pokoteam und eure gegenseitige zu einer starken Verbindung geführt. Das ist das Geheimnis eurer Stärke im Kampf. Dankeschön. 7000 Pokodollar gewonnen. Cool. Ich kann wirklich nur staunen, wie stark du doch geworden bist. Man spürt, wie sehr du deine Pokémon liebst und wie viel Vertrauen du ihnen entgegenbringst. Caleb, ich habe in dieser Stadt einen Schatz versteckt. Wenn du willst, kannst du danach suchen. Wie dem auch sei, ich muss dann wieder los. Ich bereite nämlich gerade eine Überraschung für euch vor. Irgendwann habt ihr euch tapfer Team Flair gestellt und ganz Carlos vor dem Untergang bewahrt. Ein Schatz. Gut, dass ich meinen Itemradar draußen habe. Den will ich die finden. Ein Foto kann Erinnerungen deine aufregende Zeiten wieder aufleben lassen. Auf ähnliche Weise hat man in Frescor die Erinnerung der Pokémon an Attacken die sie beherrscht haben wieder aufzufrischen. Ja, gerade im letzten Part gemacht. Foxy. Ah, Foxy also. Dann zeig mir doch mal, wie es um dein Wissen über Foxy bestellt ist. Also, ist Foxy 0,4 Meter groß. Seht ihr, so ist nicht das. Ne. Richtig, gut, extra Frage. Wiegt Foxy 7 Kilo? Nö. Oh, fuck. Äh, gut, dann nochmal. Aber es wird ja seit ich 7 Kilo, okay. Interessant. Echt, aber was du gefällst, wie hier, das ist für dich. Okay, Zauberwasser. Wir haben eh schon genug Items, die was Attacken verstärken, also. Schließt du den Pokédex ganz genau, wirst du einige Überraschungen erleben. Manche Pokémon sind nämlich viel kleiner oder größer, als man vermuten würde. Mimikry. Damit kannst du die vom wieder zuletzt eingesetzte Attacke selbst verwenden. Das Gute an Mimikry ist, dass man dabei etwas lernen kann. Okay. Was warst du schon mal im Illumina Kunstmuseum? Ja, Kunstmuseum war ich schon. Was haben wir hier? Tipps für Trainer. Wenn du mit dem Item Honig oder der Attacke Lockdorf Pokémon anlocken kannst, treten diese in Rudeln auf. Das ist, immerhin, macht Honig und Lockdorf wesentlich nützlicher, die es zuvor waren. Okay, Fotoschild. So. Jupp, ich möchte ein Foto machen. Wahrscheinlich vor diesem Haus da, oder? Nee. Oh. Cool, so sehe ich den Pokéball da hinten. Hätte ich es gar nicht gesehen, glaube ich. Den möchte ich haben. Ähm. Nein. Er wird von mir kein Trinkgeld kriegen. Das kann erst sowas von knicken. Oh, okay, ich muss nicht mehr surfen. Super, top Trank. Aber hier scheint irgendetwas sich zu verstecken. Übrigens, gerade wir stehen immer wieder auf. Faul ist es, okay. Äh. Hallo? Achso, hier. Schön Schuppe. Wow, halt. Der versteckt ist Schön Schuppe. Okay, damit kann man Barsch was zu Melotik entwickeln. Dieses Tafelwasser ist eine Spezialität aus Mosair. Wir brechen 300 pro Flasche interessiert. Nein, danke. Ich habe ja schon Sprudel, das reicht mir, ist auch besser als das andere. So, ich habe Saskia nicht dabei. Okay, egal, was haben wir hier drin? Herzlich willkommen in Hotel Mosair. Hi, du da mit dem Pokelux, ich mache jetzt ein Quiz mit dir. Was freut du denn Skampisto wie eine Pistole ab, wenn es die körpereigene Gase explodieren lässt? Wasser. Oh, das ist doch richtig, hier ist ein Preis. Oh, sieh der Wasser, die Attacke ist geil, 80 Stärke, jetzt nur 10 schwächer als Surfer und hat Chance auf Verbrennung. Man muss sich die ganzen Dinge, die so im Pokelux stehen, nochmal bildlich vorstellen, dürfen sich an ganz neue Perspektiven. Und wie ihr wisst, Verbrennung tut den Angriff und den Angriff Halbion vom Gegner. Vor 1000 Jahren soll Carlos von dichtem Umwald bedeckt gewesen sein. Aber natürlich Feuer-Pokémon, auf die man das wahrscheinlich einsetzt können, nicht verbrennen. Dafür kann man damit Gestein- und Boden-Pokémon richtig herkommen. Es soll dein Wasserfall geben, dessen Wasser in dir entgegengesetzte Richtung fließt. Das würde ich so gerne mal mit eigenen Augen sehen. Was fällt dir als erstes ein, wenn du das Wort Wasserfall hörst? Es ist unglaublich, wie viele verschiedene Antworten man auf diese Frage bekommt. Lust, überzeug dich selbst davon und frag einfach mal deine Freunde. Gut Leute, dann werde ich jetzt diesen Part. Wenn euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht Daumen runter und das nächste Mal geht es mit Pokémon Y hier weiter. Bis dann.